Hallo zusammen, ich bin Urs Wüst. Ich arbeite bei der Firma Freilektrik in Riengen. Ich habe eine erste Lehre aus Montagelektriker gemacht und mache jetzt eine Zusatzlehre aus Elektroinstallateur. Ich möchte euch gerne zeigen, was ich hier in diesem Beruf mache. Also kommt doch gleich mal mit, da kann ich euch das zeigen. Wir haben hier eine Lichtinstallation im Keller unten mit der Eiffel-Lampe, wo ich eigentlich die Lampen schon montiert habe und einschalte. Jetzt fehlt nur noch eine, die Lichtschalter muss ich anschliessen und die Wande einschrauben. Ich bin ein Installateurslehre zu machen. Da musst du gut in Mathe sein, einen guten technischen Verstand haben. Du musst offen mit den Kunden reden können. Wir sind hier im Technikraum, wo ich die Leitung für den Boiler schon erschlossen habe. Mit einem Aluminiumraum, wo es dort abgeführt wird. Ich habe das Kabel schon beim Boiler eingeführt. Jetzt habe ich hier nur noch die Anschlusssteile, die die Räten anschliessen muss. Ich arbeite gerne bei der Freileckung. Ich arbeite gerne bei der Freileckung, weil ich ein guter Team habe, die man immer unterstützt und Geschäftsleiter gehen möchte. Auch mit Weiterbildungen. Und dann in der Schule. Hier sind wir an einer Baustelle. Hier sind wir die Rohr, die wir vorgelegend eingelegt haben. Und die wir an die Wand hinführen, indem wir sie an die Wand schrauben. Jetzt sind wir am Ende von diesem Video angelangt. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne so einen Lehrwerter Max-Eleckro-Installateur, könnt ihr euch bei der Freileckung in Trienge gerade bewerben.